Hallo meine Lieben, frohe Weihnachten euch allen. Ich zeige euch heute, was ich bekommen habe. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und dann würde ich nochmal sagen, los geht's. Ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich einen Süßigkeiten-Teller bekommen. Und Süßigkeiten. Da habe ich eine Box bekommen. Da waren diese Sachen hier drin. Die ganzen Schleibwaffen hier. Also ich habe so intelligente glitzernde Knete bekommen. Dann habe ich noch so Metallic-Knete bekommen. In verschiedenen Farben alles. Hier habe ich noch eine, die ihre Farbe verändert. Die ihre Farbe verändert, wenn halt Lärm oder Kälte dran kommt. Ja, ihr wisst, war es feiner. Und da habe ich hier noch so ein Selbermachschleim. Da ist hier noch einer von Nickelodeon. Ich glaube, das ist glitzernde Nickelodeon-Schleim. Und der hier leuchtet im Dunkeln. Ja, das ist Schleim. Und das hier ist noch so ein Einwand-Kleim. Da ist noch so ein Einwand drin. Und das glitzert. Nicht das Einwand, sondern die Knete, die da drin ist. Da habe ich noch so riesige Knete bekommen. Das war erst mal das, was hier drin war. Und noch vor allem das Stück. Ach das. Ah! Hey, warum ist da ein Löffel dabei? Wirst du mischen zu? Ja, das ist noch nicht anders. Hier ist ja auch rein. Das habe ich eingepackt. Das ist so ein Pulver zum Mischen. Vielleicht habe ich auch. Gold! Gold! Das ist gleich so wie Lia. Lia. Komm, wir zahlen. Die blaue hat das Blatt sogar schon. Die ist gelb. Und die ist blau. Doch, aber hier wird weiter. Und zwar habe ich eine Airtrack-Bahn bekommen. Das ist so eine... Ich zeige ein bisschen, was ich sehe. Also das ist, was da drin ist. Das ist, was da drin ist. Also das ist so eine Jenny Airtrack-Bahn. Das kann man halt so sagen, als bei den internationalen Wendikälen oder sowas. Auf dem Wendik zu üben. Bumm! Fläder-Trägfahrt. Hast du das? Ich habe einen Kopf. Ich sehe eine Luftpumpe. Ich sehe drei Stück. Hä, was ist das? Wenn man eine Airtrack-Bahn hat, dann bringt man die... Nein! Nicht zu dumm. Hier würde ich mit mir jetzt ja nicht springen. Vielleicht sollte man so eine Airtrack-Bahn kriegen. Aber praktisch kriegst du ein. Ist das so ein... Die ist blau und pink? Ja. Ah! Meine Finger! Ist das so eine Balken-Erdschildbahn? Okay. So, da habe ich hier von meiner lieben Tante Nadine einen Rucksack von Alice bekommen. Der ist so schön. Und dieses T-Shirt habe ich von meiner lieben Tante auch noch bekommen. So, da mache ich jetzt Zeit ab. Dann habe ich hier noch Pullover bekommen, wo auch Mie draufsteht. Und dann habe ich auch auf dem Beutel... Warte. So, hier. Dann habe ich auch noch einen Beutel bekommen, wobei der Mie drauf ist. Oh, guck was hier. Oh, mir ist auch gut. Ah, ich habe da gemacht. Oh, mir ist auch gut. Ja. Ruhst. So, Ruhe. Dann ist halt hier. Diesen Tronanz wird es euch eigentlich gekommen. Der ist halt noch nicht eingekommen. Deswegen habe ich mir das Bild geschenkt. Und diesen Tronanz möchte ich schon richtig lange haben. Und meine Mama habe mich immer angelogen, dass sie ihn total herzlich findet. Deswegen würden wir den deswegen nicht kaufen. Aber hat sie eigentlich noch gemacht. Danke Mama. Das ist nicht eingekommen. Billig! Ah! Und dann habe ich als nächstes noch so ein Onsie bekommen. Mit schlimmen Suits. Ich weiß nicht, wie der heißt, der da drauf ist. Wie heißt der? Ballou? Genau. Und dann habe ich noch ganz viele Socken bekommen. Einmal von Fila. Von Puma. Ja, von Puma. So Kniestrümpfe. Dann habe ich noch Socken von Champion bekommen. Socken von Nike. Und Socken von Puma. Und Socken von Puma. Nochmal. Jetzt habe ich diesen wunderschönen Tron dazu bekommen. Der ist an den Armen so durchsichtig. Der ist voll schön. Sehr geschnurrt. Höchst! Hey! Aua! Das steht ja auch. Der Preis steht da drauf. Oh mein Gott! Der ist so schön! Das ist der Barbeanzug. Und ich habe auch noch diese Karte von Lena bekommen. Habe ich auch noch eine Rose bekommen. Das ist so eine Sporthose von LS. Und die Pumpe war dabei. Bei der Amtric Bank. Und dann habe ich noch so eine private Stunde von Tigerjob bekommen. Also so eine Privatstunde halt. Ja. Ich habe auch noch diese schönen Pantoffeln bekommen. Die ich an die ganze Zeit trage. Oh Gott. Aber das ist nicht in der Titel. Ah! Das ist ein Fels! Ey, wir machen einen Club auf. Wir gründen einen Club. Ich habe auch noch diesen Becher da kommen. Da steht drauf. Ich habe auch noch einen T-Chang mit Why Don't Be. Also ne. Ist das, was ich denke, was das ist? Das ist, ich glaube, rot. Doch, was ist das? Ich dachte, das wäre ein Handyverpackung, die lässt es auf den Boden fallen, ey. Man kann seine Seite auch nicht machen. Oh! Das ist nicht so frechlich. Das ist nur eine T-Chang! Ich habe auch noch dieses Notizbuch bekommen. Von Why Don't Be. Ja, ich weiß, warum man Weihnachten feiert. Ja, ich war heute in der Kirche, weil meine Schwester ehrenamtlich in der Kirche arbeitet als Jugendtreuerin. Und ja, ich bekomme viele Geschenke. Und nein, ich kann nichts dafür. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und jetzt bitte einen Daumen nach oben. Da würde ich euch noch schöne Filme. Da würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video. Und tschüss!